zum Beispiel treffen. Nein, aber ich habe einen Discord-Server, wo wir regelmäßig drauf sind. Wenn du einfach mal mich abonnierst und unter einem meiner neuen Videos gehst, siehst du in der Beschreibung WOLA PIS LAZULI! Ich hab heute... Oh, und darunter direkt wird's toll. Ich hab... Also, Real Spock-Joints, okay. Hab ich euch nicht ge... Hab ich euch nicht wieder von der White-List genommen? Das Problem war nur letztes Mal schon, dass sie trotzdem drauf kamen. Stimmt. Und warum schreibst du hier jetzt Unfug? Also nochmal, wenn du... Wenn du mich abonnierst und unter meinen Videos guckst, unter meinen neuesten Videos, da ist ein dauerhafter Einlad-Link zu einem Discord-Server und den kannst du anklicken und dann kannst du dich auf meinen Discord-Channel einladen. Und dann kannst du mit uns auch regelmäßig kommunizieren, weil da sind Sian und ich sehr aktiv drauf. Quasi immer. Also immer, wenn der Sian da ist, ist der Sian da. Und ich bin sowieso immer online. Ja, das stimmt. Aber nicht stören, er spielt immer 24-7 Shakes and Fit. Richtig. Weil's halt, äh, ein Browser-Game ist. So. Das braucht halt seine Zeit. So, ich bring jetzt... Ich hab jetzt keine Spitzleger mehr, jetzt bring ich meine Sache mal nach oben. Hat Balduin jetzt mal beschrieben, dass ich weiß, dass er mich hört. Danke für deinen Follow, KrötenTV. Balduin hat noch nix... Ne, da hat sie noch nicht geäußert. Das Balduin weg. Hast nicht Balduin jetzt. Oh ja. Na gut, aber ich... Aber ich sag's... Ich sag's trotzdem nochmal. Weil jetzt auch Serial Spock da ist und so. Ähm, das war halt beim letzten Mal etwas, äh, unglücklich, dass ihr irgendwann angefangen habt, Sachen zu bauen, von denen niemand wusste, dass ihr sie baut. Und ich dann hinterher etwas überrascht war. Wie zum Beispiel so ein komischer... So ein komisches Verlies-Eingangs-Ding, was dann unten in der Mine an der Kiste geendet ist. Und mit einer... Das muss ich noch abbauen. Mit einer Tür und vier Zäunen, die im Meer landen, dass dann das Meer abhalten, das sieht total scheiße aus. Äh, das war halt nicht Teil des Plans. Teil des Plans war halt, dass ihr einfach, äh, Ressourcen farmt und mit uns spielt und nicht irgendwelche nicht abgesprochenen Sachen baut. So, weil das ist ja... Soll ja jetzt, äh... Also ihr könnt bauen... Soll jetzt nach Planung entstehen. Genau, soll nach Planung entstehen. Ihr könnt bauen, wenn wir euch sagen, was, äh... Äh, nochmal, ihr könnt bauen, wenn ich, wenn wir euch sagen, was ihr bauen sollt, aber wenn wir euch sagen, farmt, dann bitte nur farmt und keine geheimen Bauprojekte, äh, ne? Und so. So true. Das war halt das Problem an der Sache. Was mich so ein bisschen gestört hat. So, wir haben sechs Diamanten. Redstone, Lapis, Latzuli. Richtig, richtig feucht, der Junge. Richtig. Ja, ich hab mir gedacht, wir können das da alles oben mit reinpacken, weil ich mach jetzt nicht extra Truhe für, für so wenig Ressourcen. Was, was, was? Ich hab ja mal verstanden. Wegen, wegen Lapis und so. Was damit? Nicht zugehört, ne? Nicht so ganz, ne. Weil ich nebenbei auch noch The Real Spock irgendwie seine Nachrichten lese und dann, dann ist das so ein Overload in meinem Hirn und das platzt einfach, weißt du? Äh, kann ich mir vorstellen. Erzähl es mir bitte nochmal. Dass wir in die Kiste halt alles mit reinpacken, was, was so wertvoll erscheint. Achso, Edel, Steinmaterial, Schwachstum. Also, Edel, Lapis, Latzuli, Redstone, Neta, Warzen. Jaja, ist klar, machen wir so. So, okay, äh, also, also The Real Spock, dann, äh, schiebst du jetzt die ganze Schuld auf Balduin, dann ist er gut. Alter, aber warum hast du dir ne, ne komplette Eisenrüstung gemacht? Guck mal, wir haben, deswegen haben wir kein Eisen mehr, weil er sich ne komplette Eisenrüstung gemacht hat. Ich würde sagen, dann ist jetzt hier für Serious Spock langsam mal, äh, Eisenfarben angesagt, ne? Aber Hardcore. Das, äh, überhört er jetzt bestimmt, so wie er das Lager gerade durchsucht. Zack, 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 so. So, so. Ach, ne, warte, ich wollte ja gar nicht lang, ich wollte ja in die Mini wieder zurück. Hahaha. Wollte ja noch ein bisschen farmen. Äh, nein, da hab ich keine Lust drauf. Ist noch, wenn jetzt noch andere Leute hier im Discord zu haben. Ich wäre sowieso doch langsam mal für so ein Ende. Du wärst für ein Ende? Ja, tatsächlich. Du kannst ja gerne noch weitermachen, aber, ne? Nee, ich bin auch langsam müde. Ach ja, außerdem finde ich es nicht so cool, wenn, äh, Leute hier auf meinem Minecraft-Server sind ohne mich. Das finde ich auch nicht so geil. Stritten wir mal hier weiter. Oh! Redstone! In Hülle und Fülle heute, Junge, Junge, Junge. Da steppt die Luzi. Luzi! Ne Katze, der ist Luzi. Ne. Wie sweet. Ah, 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 ah. So. So. Ah, 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 ah. Dum, dum. Ich grab mich noch hier einmal durch. Hast du eigentlich die Kommentare im Blick? Nicht, dass es wieder zehn neue sind und wir die einfach ignorieren und einfach nichts mehr sagen. Nö, zehn sind es nicht ganz. Gründig, Frau Schreibnur, bist du at HerrSignTV für die Kissen zuständig und was muss ich machen, um auf eurem Server spielen zu dürfen und, nee, bitte weitermachen. Was, ja, wie weitermachen? Ja, wegen Streamen beenden, aber wenn ich hier vor einschlafe, ist ja auch niemand geholfen. Ja, richtig. Also nochmal, wenn jemand hier mitmachen möchte auf dem Server, dann muss er halt, ich sag mal, Community-Mitglied sein. Also halt Herr Sajan verfolgen, Sir Barretts verfolgen und halt auch Bekannte sein. Also nicht stalken, aber ihr wisst, was er meint. Wir müssen halt die Leute kennen, die mit auf den Server kommen, weil sonst fangen wir uns irgendwann mal irgendeinen Spasti ein, der meint, oh, ihr seid voll die Tollen. Dann lassen wir ihn auf den Server und dann macht er alles kaputt, hab ich keinen Bock drauf. Ja. So, deswegen, wenn wir Leute auf den Server lassen, dann muss der schon bekannt sein bei uns. Im positiven Sinne wohlgemerkt. Oh, Mensch, hi. Also, ein Abo und ab und zu mal Kommentare macht die Sache auf jeden Fall schon einfacher. Ist auf jeden Fall nicht so ein Nachteil. Nee. Nö, Herr Sajan, oh, Mensch, hi. Ja, äh, Mensch, Birds. Ah. Schon wieder Redstone gefunden gerade. Deswegen sagte ich hi. Ach so. Nicht wegen mir. Nee, nee, du bist ja nicht in meiner Nähe. Ich bin ja gerade hier am Fett am Minen. Der Mineur hat's schwör. Oh, schon wieder Redstone. Ich komm hier nicht aus dem Redstone raus, Junge. Budget Level 23. Bald können wir Spitzhacke verzaubern. Oh, nein, da ist die Lava. Schnell weg hier. The floor is lava. The floor is lava. Aber ich höre hier auch Wasser die ganze Zeit fließen. Das ist ziemlich... Irritating. Ja, ein bisschen. Aha. Hier ist Wasser. Guck mal. Da kommt Wasser. Und wo kommt das her? Aus dem Meer. Da ist irgendwas. Ich kann hier atmen. Hier kann ich atmen. Und hier ist... Wow. Wow. Was hab ich denn hier gefunden? Wie geil. Weiß ich nicht. Ich hab hier voll den geilen Scheiß gefunden. Ich hab hier gerade ein Dings gefunden. Äh, wie heißt das? Eine Schlucht gefunden. Näh. Doch. Underwater? Ja. So, perfekt. Und hier sind richtig, richtig, richtig viele Ressourcen, Alter. Kohle, Eisen ohne Ende. Hab hier etwa ein bisschen was zu tun. Wir können doch nicht die... Wir können doch nicht benden hier. Ich muss hier noch einiges abbauen. Ich hab nur noch eine Eisenspitzhacke jetzt. Das ist ziemlich uncool. Aber ich hätte hier genug Sachen, um mir neue Sachen zu schmieden, tatsächlich. Außer Holz. Ich glaub, Holz hab ich nicht mitgenommen. Nein. Holz hab ich nicht mitgenommen, ich Idiot. Sonst hätte ich hier alles. Alles. Ich höre Zombies. Wenn ich jetzt noch einen Zombiespawner finde, dann bin ich Gott. Okay? Nö. Die erst auf Höhe 5 bis 12 suchen, da kommen die am häufigsten. Ja, das wissen wir doch. Wenn ich mich nicht irre, ist unser Mind-Gestripper auf Höhe 8. Das ist genau in der Mitte, zwischen 5 und 12. So, Eisen hab ich auch wieder ein bisschen gefunden hier. Ah, fertig. Mit dem Lager? Ja. Cool. Perfekt. Die Lava muss mehr eingedämmt werden. Kein Bock hier zufällig in der Lava zu krepieren. Vor allem. Bist du müde, Sajan? Ich sag's dir. Du warst irgendwie auch schon mal, äh, wie soll ich sagen, fitter? Oder Skulld? Ja, so insgesamt, weißt du, normalerweise, also, wir können auch bis 4 Uhr machen, so. Vor allem, wenn wir Anno spielen, ne? Ich glaub, da haben wir auch mal bis 4 Uhr gemacht. Hier ist es gerade mal 1 Uhr. Ja, wie gesagt, bei Anno war ich aber auch nicht irgendwie 6, 7 Stunden unterwegs, ne? So durch die Weltgeschichte und dann eigentlich no pause. Junge, 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 Junge. Ich hab zwei Gold gefunden. Da oben ist noch mehr Kohle. Soll ich alles haben. Alles meins. Alles meins. Alles. Alles. Mal, jetzt wüsst du, wo der Bursche gerade Stripmined. Ich? Ja. Bin nicht mehr beim Stripmine. Wie gesagt, ich hab ja die Dings gefunden. Die Schlucht hier gefunden. Aber wenn du dem Wasser folgst, dann findest du mich. Ich hasse solche Quests. Oh, das ist alles. Scheisse. Hm feet Vielen Dank.